Ich darf mal ganz kurz fragen, warum ihr heute da seid. Nein, oder was auch so nicht ist? Ja, okay, naja, also zur Berufsfindung, weil ich bin jetzt in meinem freiwilligen sozialen Jahr und wollte gucken, wie es danach halt weitergeht und halt gucken, Anregungen finden und in der richtigen. Du hast jetzt schon eine Runde gedreht? Genau, ne. Bist du fündig geworden? Ja, ne, sind wir auch gefunden, alle beide. Schön, also hat es sich zu lohnt, ein Besuch auf der Chance 2010. Ja, war informativ gewesen. Dann noch einen schönen Sonntag, danke. Danke, bis gleich.